So ein dicker Panzer, der hätte ich abhauen sollen. Verdammt, ey. Wo muss ich jetzt? Och, Mann. Ich muss dringend häufiger speichern. Noch ein Toter. Klar halte ich durch. Dringe in den Kontrollpunkt ein und beschaffe dir ein Fahrzeug. Ja, wird gemacht. Jetzt wieder hier geil mit den Autos. Tantische Optionen verfügbar. So. Habe ich die ausgeräuchert? Natürlich noch nicht ganz. Boom. Das kam noch stylisch. Mit so einer geilen Explosion noch im Hintergrund. So, kurz austauschen und sofort wieder zurücktauschen. Uiuiuiuiui. So. Dann Tartmodus an. Und dieses Mal bin ich vorsichtiger. Ah, scheiße. Der steht immer noch, ne? Ja. Bam. Okay. Nein. Nein. Ich weiß nicht, wie lange ich es noch durchhalte. Alter. Von wo denn das jetzt schon wieder? Tantische Optionen verfügbar. Schön unten bleiben, Pisser. So. Filine kurz anpassen. Hier Schalldämpfer draufschrauben. Ähm. So. Diesmal habe ich es richtig hinbekommen. Tantverder aktiviert. So. Und da langlaufen wäre Selbstmord. Momentan zumindest. Hopp. Wow. Alter, mieser Motherfucker. Wie übel. Alter, jetzt ist meine Hose gerade ein bisschen nass. Wo bin ich? Tantverder aktiviert. Mach ihn mal etwas. Wichser. Hätte mich auch gewundert, wenn der nochmal aufstehen würde. Juhu. Geilen Panzer fahren. Ist hier gleich angesagt. Aber vorher. Schaue ich mich hier nochmal kurz um. Manche Munition habe ich ja eigentlich voll. Was soll das? Raketenwerfer könnte es natürlich hier noch irgendwo geben. Aber das sieht eher schlecht aus. Dann würde ich mal sagen. Nutzen wir doch mal die Schöne. Juhu. Scheiße. Scheiße. Ist das was? Sie kommen. Raus da, Mann. Raus da. Ganz in der Nähe. Ist ein Ort, der noch sicher sein dürfte. Richtung beibehalten. Ich wähle mich wieder. Bam, Alter. Möglicherweise ein ganz klein wenig übertrieben. Die Feuerkraft von dem Guten hier. Alter, ich will das gerade wie Borderlands steuern hier alles. Das klappt natürlich nicht so ganz. Ich wähle jede halbe Meile eine Straßensperre. Achs Uhr eins. Sie haben Feuer erlaubnis. Na, das werde ich eventuell sogar zweimal machen müssen hier. Profit, Sie haben im Tunnel Straßensperren errichtet. Sie müssen durchbrechen, Mann. So in etwa? Ah, cool. Hier kann ich auch wechseln. Strafzettel erhalten. Schon wieder geblitzt worden hier. Oh, der Heli haut schon wieder ab. Alter, das bockt schon echt. Bam. So, Mädel. Du bist hoffentlich auch erledigt. Da oben. Dann gehst du mir nicht mehr auf den Sack. Oh, ich werfe eine Granate. Dummes Genie. Ah, immer wieder schön. Habe ich den jetzt? Sehr gut. So, das Auto jagt ich natürlich auch direkt hin. Ja, komm. Straßensperre hier. Von wegen. Alter, was war das? Ach, komm, Gefahr hier. Sind das irgendwie Idioten? Na ja, wie gesagt, mitunter ist die KI verflucht gut, aber manchmal auch einfach nur beschränkt, sag ich mal. Das gefällt mir gerade gar nicht, ja? Alter Schwede war ich schnell hinüber. Ach, du Scheiße. Tätische Bedrohung identifiziert. Einsatzziele aktualisiert. Dattliche Missionen verfügbar. Ja, so klappt's. So klappt's nicht. Oh Gott. Das war schlecht. Das war gut. Ja, genau. Alter, kleiner Picker hier. Jawohl, den habe ich sofort erledigt hier. So was sehe ich gerne. Jawohl. Diesmal hat's geklappt. Ja, mit Aggression geht mitunter. Doch einfach alles besser. Ich glaube, ich kann auch einfach aussteigen und mir so ein neues Teil schnappen irgendwo. Alter, jetzt muss ich hier durchmanövrieren. Na, Kollege? Bam. Ach, Scheiße. Hat er noch hier Notsignal abgesetzt. Egal. Noch ein bisschen hier kurz zerstören. Solange ich's kann. Ne? Gehen die auch mal hoch? Egal. Jetzt gehen sie gleich hoch. Oh Gott. Da sind Fässer. Lieber abhauen. Nicht, dass ich da noch irgendwo mit reingezogen werde. Wiese kleine Pissnake, ey. Alter Schwede, kam der damit einmal rausgeschossen hier. Jawohl. Damit haben wir auch den Abschnitt geschafft. Und ich denke mal, ich werde gleich Schluss machen. Zumindest Pause. Oh. Schön. So, sind wir denn da? Ich glaube, ja. Ja, so gut wie. Hören Sie. Ich habe Mist gebaut. Sie müssen mir helfen. Ich bin unterwegs zu einem Apartment, das eine alte Freundin mir vermietet hat. Es ist nicht weit. Wir treffen uns dort. Aber ich... Die Adresse ist in meiner Datenbank im Labor. Hallo, da ist er. Ist das so schwer? Wenn Sie die Zugangscodes knacken, sind wir geliefert. Sie müssen da rein und den Computer zerstören. Ach so, genau. Dann hat es wenigstens einen Sinn. Weil ich weiß ja quasi schon, wo er ist. Und Feinde nähern sich von überall. Und sind natürlich auch schon da. Deswegen würde ich jetzt einfach mal sagen, ich lasse das einfach mit dem Laden. Oder gleich, ganz kurz. So. Alles klar. Dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Aufnahme genau hier wieder. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Und dann bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.